Also wir testen jetzt diese Kekse, die hier sind. Das war eine Tüte. Fangen wir an. Können wir den Hot-Motor erst mal einstellen. Die Schnecke auch. Hoch oder langsam. Dann geht das weiter. Ja, das ist sehr fein. Vorsichtig, vorsichtig. Hände raus. Hände raus. Ja. Dann kann man natürlich auch die Hot-Motor noch schneller machen. Die Schnecke auch schneller. Sehr fein. Ist schon fertig. Stopp. Mache ich das aus. Auf. Dann ist schon sauber.